So machen wir's am Händisch. Wenn wir da ein bisschen passen. Okay, schau. Du siehst die gleiche Statur. Ja, ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter. Ein bisschen leichter. Weniger selber laufen. Der wird also ein bisschen zweiterholfen gehen, gell? So, genau. Du hast gesehen, die leichte Beine bleiben laufen. Leichte Vorlage, locker laufen. Du bist ja, ich bin ja vor dir, ne? Ja, einfach locker laufen. Ich schau, dass ich durch den Bein stehe. Genau. Und dann, Da stehen wir nicht hier. Hallo. Meine Hände sind nicht auf. Bleib mal groß. Super. Die Hände sind immer mal groß. Ihr habt schon gesehen. Welche sind schon ein bisschen gestolpert. Und dann sind sie dann...